Nein, ich mache mir da keine Gedanken drum, wie gesagt, ich habe mich riesig gefreut über die Nominierung, dass ich dabei sein durfte in dem Kreis und jetzt liegt der Fokus wieder völlig auf Vereinsebene und auf den Spielen, die jetzt in den nächsten Wochen anstehen und so gesehen mache ich mir da keine Gedanken drum. Gut, wir wissen, dass wir aktuell sehr gut dastehen, aber wie gesagt, wir konzentrieren uns da von Spiel zu Spiel und ja gut, ob das jetzt der Höhepunkt der Karriere ist, weiß ich nicht. Ich habe mich da halt sehr darüber gefreut, dass ich dabei sein durfte und ich hoffe, dass ich noch viele solcher schönen Momente erleben darf.